hallo und so leute zu einer weiteren folge hexit und ich habe jemanden hier dabei der eigentlich auch aufnehmen wollte aber das aufnahmeprogramm oder irgendwas kackt ab und deswegen nicht aber er ist trotzdem da der basti irgendwo dahinten ich habe keine taste zum zoomen weil ich keine keine ob die feind dann habe ich bin gerade in deinem bettchen da wo mein bettchen war so an da ist mein neues bettchen umgesetzt genau als ich hier die lager einsortiert habe es ist schön ich lagern ja die habe ich in den boden eingelassen weil ich nicht wusste wo ich in die wand stellen sollte und was wollte ich kann ich kann ich kann ein bisschen was zeigen hey woran gehst du weg von ein paar zauberten bücher da ist keine wolle drin ich habe noch keine volle das ist meine ich nehme später mit kiste da packe ich wenn ich halte dass er was hat man wieder anlängen das ist eine komische kiste die ist breiter oder ja ja die ist breiter die habe ich gefunden habe ich abgebaut und mitgenommen und hingestellt also die baumfarm was wir einfach mal angucken ich muss nur irgendwas mitnehmen weil ich musste mal warte mal ein bisschen in mir was ich denn wirklich habe das ist gestellte zwei rucksäcke bei der hat ja ich dir mal geschenkt rechtsblick einfach drauf ist jetzt schon stück her nachdem beim pc jetzt hier alles wieder so ein bisschen fit ist alles kack gewesen was ich auch bei was in meinem inventar nicht ich muss mich mal dran gewöhnen dass ich über wenigstens schnell über smart cars mit mein schwert an klicke sich immer anders gerade machen schnell die 1 drücken schwert oh ich hatte sich fast gehauen das wäre böse geendet du hast kein helm mehr übrigens ich weiß was hier ach so ich komme mal mit guck es dir an unsere baumfarm sie ist noch nicht ganz fertig weil hier habe ich auch schon mal eingebunden genau das habe ich schon mal holz drum gebastelt und das wollte ich nachher mit wegen machen und so und ja baumfarm hast du ein paar sorten hier jetzt wobei wir können auch von wo wir wir können auch nicht ganz fertig ist ja man muss noch halt so ein bisschen schneiden den boden dann kommt ja dann kommt die hier wieder hin das wird dann halt so wollte das halt so lange so wie die anderen halt machen das sieht gut aus danke da habe ich auch ein zwei folgen daran gesessen alter ist das gerade am lecken kranke scheiße ja bei mir schon ich kann es schützen deswegen kann ich dir sonst will ich dir helfen will ich wieder haben also ja was du machen kannst ist auch mal ganz ja 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 brauchen wir hier lieber den sand und so ab ja was die ich habe keine fackeln bei schon wieder nicht kann ich kann es ja schon mal ich gehe mal eben genau ich gehe mal fackeln holen und hey aber das jetzt gehört ja auch so schlimm hey okay du bist du gefragt die person ich bin froh dass ich mal wieder mit dir aufnehmen kann die wie soll ich keine fackeln das ist wirklich kurios genau so wie ich die ganze zeit low on cobblestone bin oh jetzt ist ein wasser kram mit einer spinne hast du ein schwert? ich hatte ich wollte mich entscheiden hab dann die spiele mit dem boden gehauen aber hast du ein schwert? ja gott sonst hätte ich dir jetzt noch einen eisenschwert mitgebracht weil das hätte ich noch locker in der küste gehabt müsste nun gleich eben die rucksäcke loswerden weil wenn ich dann nochmal sterbe dann geh doch zu deinem haus dann nicht weit äh was wollte ich machen ich wollte fackeln basteln ne fackeln basteln mache ich am besten mit kohle und das gibt es würde ich so behaupten oh ich habe auch noch und das ist auch ganz anders wenn du über gras läufst oder wenn du über das holz läufst ja ja nicht so braun so grün und da hörst du einfach keinen unterschied äh da hörst du nur den unterschied so ah ich verstehe schon wobei ich finde ich sieht man sieht es auch ja man sieht es auch aber das ist halt äh ja du meinst die palmen die hier stehen die sind cool das laub davon sieht besonders cool aus und ja lass mal hier ausleuchten oh von den roten ist noch keiner gewachsen ah man ich will auch kein knochenmehl mit um die so ein bisschen hoch zu züchten das hätte man machen können alter der sound ist mega verzögert warte ich setze jetzt ne fackel und jetzt kommt der zohn meine güte Leute es ist nicht meine tonspur die schief ist nein es ist das spiel was gerade schief ist ok ich muss eigentlich auch ein bisschen sakura abbauen weil sakura die schneise ist auch nicht fertig weißt du ich habe eine aufgabe für dich du kannst hier bei der sakura weitermachen das ist der kugel sakura ist das pinke hier fehlt am boden halt die schneise eigentlich fehlen alle schneisen hier weiter ich baue dabei mal bäume ab und setze sie wieder neu hin oh alter ich dachte kurz das wäre ein creeper weil ich nur so ganz alter diese jetzt ist sehr lecky bei mir weil den block hab ich jetzt sieben mal abgebaut ja aber es leckt nicht nur bei dir es ist dann hatte ich letztens doch keine ähm schiefe audiospur dann war es wirklich die server lag nein baum geh weg oh danke nein basti möchtest du kokosnüsse 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 ja da liegt noch eine warte ich habe noch was für dich noch eine und noch eine ist noch was keine ahnung was man damit kann ich wollte eigentlich nachgucken aber ich habe nicht dran gedacht ich bin so bescheuert ich weiß mal weiter neue palmen setzen sehr gute ich muss mal das palmholz angucken was dann nachher von holz raus entsteht hier hast du mal 1 2 blöcke sag zu sein wir hast wirklich nur zwei gekriegt auch cool wir zwei birken entstanden ach alles super jetzt weiter nachpflanzen und gerade eben so nebenbei mal kurz ernsthaft ich habe nur ein setzling rausgekriegt das ist weniger als ich abgebaut habe ja ich hab beschossen ja hier hinten unter der baumart wo ich den namen noch nicht kann weil ich den noch und nie gelesen habe gefühlt wo höre ich denn jetzt geräusche hä ah du kannst ähm hä geräusche wie geräusche ich höre musik du hörst musik ah den kannst du setzen hier wollte ich halt noch auffüllen mit erde wasser hier muss der sand noch weg komplett wo kommt die musik her was für musik spielmusik wahrscheinlich die kannst du ausschalten ja ich mag es aber ich hab noch nie spielmusik gehört oh 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 meine nase juckt ich möchte jetzt ich möchte jetzt nicht niesen das ist gerade ziemlich oh kennst du das wenn der nase juckt und du alter kämpf voll mit dir damit du nicht niesen musst das mach das hier ist noch ne kokosnuss haha ne kokosnuss ich kann es nicht mit geklaut du leckst immer noch mein schwert ist weg mein schwert gesehen hast du mein schwert ich hab gar nichts ich hab wirklich kein schwert ich schmeiß das dauernd weg weil ich sprinten will hier in der mitte wollte ich so einen kleinen durchgang zwischen den bäumen machen wie du hier hinten ja schon siehst dass man hier so mindestens mal durchlaufen kann falls man hier in der mitte der baumfarm ist ja ich versuche jetzt mal hier weiter abzubauen nein noch nicht wir sollten mal zwischen den folgen ja ok bau ruhig die schneise komplett durch dann setze ich wieder dahin wo halt keins mehr hin muss da oh das war 1 zu viel zack und ich bin gerade bei jedem block ja ich bin auch froh dass du einen block abbauen kannst ähm hier hinten wäre halt sehr gut damit wir die beiden hier vorantreiben die hier haben die hier haben oh das ist wirklich ganz schön verzögert das ist mega krass wir sollten keine ahnung ich glaube ich lass den server gleich mal neu starten nach der ersten folge die wir aufnehmen ja das hat gleich vielleicht besser läuft weil so macht mir das dann kam es irgendwie macht es ja trotzdem noch spaß das spiel ne aber mir würde es mehr spaß machen wenn es komplett flüssig läuft so palme 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 ich kann palme nachpflanzen alter ich schnell die palmen wachsen mega cool wollte nochmal warte es ist nimmer palmenholz ich habe dir gerade mal zwei irgendwann zwei stück zugeschmissen und baue mal äh eins davon ab also eins verbearbeite das mal zu normalen holzbrettern das wollte ich sagen leute ich glaube du bist schon wieder es ist traurig ist das neue also nochmal was das solltest palmen ähm breiter nehmen genau palm tree locken genau und das nimmst du und packst es dir mal oben in deinen crafting bereich und äh verarbeitet es einfach mal mit grünen brettern ja das sieht man witzig aus hat man es gibt so viele verschiedene holz ab hauptsache du schwebst wenn wir noch eine sekunde in der luft ja ich muss noch mal angucken wir haben die spiele jetzt geswitcht also ist mein neuer schwebeexo ach so doch ein bisschen AW das können wir morgen mal wieder aufnehmen morgens dran morgens AW wieder dran genau das wollte man oh alter das musst du dir angucken du hast ja das grüne von gerade mal gesehen ne hm guck mal wie grün das ist ha 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 das krank geil damit kann man so geil arbeiten glaube ich hm und jetzt muss ich das Holz bauen das wird richtig cool ok hey hey ist schon richtig hey die die erdet ihr die erde kannst du lassen weil die erde passt ja von der höhe hier die schneise halt hier oh mein gott hier ist eine etage zu tief ich habe halt keine erde mehr er da habe ich halt jetzt nicht mehr viel blöcke habe ich noch okay wenn du hast dann oh mein gott ich habe glaube ich noch was von dir da es lag da vorne gerade um ich glaube du hast sprinten und hast dann auch gedrückt weiß dass man das auch mal raus man kann da liegen glöcke ich sehe sie ja okay jetzt habe ich sie bekommen die schneide hier kommt nachher die schneide hin vielleicht müssen noch so viel mehr eigentlich machen wenn man überlegt dass wir ja im endeffekt noch ein paar andere baumarten haben die man kann natürlich die die man nicht haben will irgendwann hier weg machen wobei ich aber hier schon eigentlich fast alle also hier ist natürlich effektivste ich baue jetzt mal ein baum ab viel spaß sein holz das ist das ist schon krass also da kannst du wirklich wenn es wirklich auch hier ist ja das ist ein rucksack nutz ihn doch sakura ich habe meine rucksäcke voll die muss ich mal einsortieren danke wert ist sakura sakura holz mitnehmen kann ich hier sakura da ich muss hier einfach mal alles ausleuchten kommen mich nicht vorwärts vorne immer wieder viecher das nervig wird immer noch im zaun umsetzen braucht man so viel holz das geht nicht ich verschwinde kein blog so zack 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 okay ich verschwinde jetzt eigentlich schon dieser holz standard holz weil ich seinen boden komplett so ein dass er damit zeit schicker aussieht und nicht nur die holz rein sind aber ich finde auch weiß nicht ich gefällt mir so jetzt fehlt mir meine schaufel was wir müssen mal irgendwann zusammen eingehen wenn du wieder aufnimmst da wird es ja interessant hier ist noch ganz wie sakura ich müsse noch mal zu jan gehen und den schild hinpacken und dann halt so drauf schreiben ja hier hast du sakura holz und so weil jan ja voll so ein sakura holz fanatiker als geschenk mal vorbeibringen irgendwie lustig ein bisschen sakura holz dafür einsammeln noch mehr sakura ich sollte noch was futtern behauptet das ding bei euch mal kurz zu ende und pflanze zu ende und dann ist schon wieder hier ach ja ich würde jetzt gerne noch längere folgen machen aber dadurch dass er täglich kommt bei mir schaffe ich das sonst nicht wenn es noch länger als bisschen um die 15 minuten geht ich würde schon gerne mehr spielen und hier mehr aufnehmen und so mein spaß daran alter wie einfach mein inventar auch schon wieder voll ist diese kokosnüsse die machen mich fertig und ich weiß immer noch nicht was ich damit tun soll was du hast euch eine aufgabe wenn ich den server neu starten lassen dann guckst du einmal was kokosnüsse können was kann denn die kokosnüsse wer die kokosnüsse wer die kokosnüsse wer die kokosnüsse geklaut ich sehe man geweckt baum ich sehe nicht wo die fackel hingehört ach das war ja jetzt richtig awesome geil 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 vier setzlinge aus sechs bäumen ein traum so wird die waren und die farme nie fertig egal ich würde sagen einfach wir sehen uns in der nächsten folge und danke fürs zuschauen und bis dann bis dann ciao hallo hallo